Guten Tag, mein Name ist Simon und willkommen zurück zum dritten Video der QT- bzw. noch QML-Serie. Heute geht es um das Layouting, das heißt, wir haben hier das Rechteck zur Erinnerung mit fixer Größe, mit fixen Positionen und das soll natürlich geändert werden, denn wir wollen schlussendlich einen Screen haben, in dem wir einen dynamischen Content haben. Dadurch gehen wir einfach mal in das Rechteck rein und sagen, die Größe soll nicht fix sein, sondern es soll abhängig vom Parent sein. Das Parent, wie man hier sieht, ist ganz klar, kann man auch hier feststellen, das Window. Und dieses Window hat natürlich auch diese Properties, hier zum Beispiel Visible, was man natürlich sicher denken kann, With and Hate. Und auf diese Properties können wir zugreifen, indem wir einfach sagen, With ist gleich Parent.With durch 2. Schlussendlich kommt das gleiche raus, also im Default, im Standard Value, wenn es aufgemacht wird, nämlich 200. 400 durch 2 natürlich ist 200. Das Ganze können wir auch auf die Höhe anwenden und haben dann auch eine Höhe von 200 am Anfang. So, jetzt, wenn wir das Ganze größer und kleiner ziehen, sehen wir schon die Veränderung, aber es passt noch nicht so richtig, weil natürlich die X- und Y-Positionen immer noch fix sind. Dazu können wir jetzt sagen, Parent.With durch 2, das würde allerdings den X-Value perfekt in die Mitte zentrieren, aber nicht der X, das Zentrum des Rechtecks, sondern der obere, oben, der, Entschuldigung, der obere, linkere Rand, linkere, ne, links, linke, ja. Jedenfalls machen wir das Gleiche mit dem Y-Value und sehen gleich, dass das Rechteck in der Mitte links oben zentriert ist. So weit ist es ganz cool, jetzt ist es halt immer unten rechts, das Rechteck. Wir wollen es aber wirklich in der Mitte haben und deshalb müssen wir natürlich nochmal die Hälfte vom Rechteck abziehen, damit wir tatsächlich in das Zentrum kommen. Deshalb, minus width durch 2, minus width durch 2. Ja, warum können wir jetzt hier einfach width sagen? Wenn man keine ID definiert hat, die man Rechtecken auch zuordnen kann, dann kann man einfach auf die Properties zugreifen, indem man einfach den Property-Namen eingibt und dann bekommt man schlussendlich das perfekt zentrierte Rechteck und wenn es klein genug ist, sogar einen Kreis. Ja, das ist das minimale Tutorial vom Layouting. Man kann hier auch genauso gut den Radius natürlich verschieben. Der wäre jetzt bei 20, das heißt parent.width durch 20 würde 20 ergeben. Und dann können wir das einfach mal anwenden und sagen, damit es kein Kreis wird, parent.width durch 20. Also auch ein dynamisches Eck. Das heißt, man bekommt immer ein gleich abgerundetes Rechteck, je nach Größe und, ja, je nach Höhe und Breite des Parents. Ich habe ja eine ID angesprochen und diese ID kann man verwenden, wenn man nicht vom Parent aus zugreifen will oder kann. Denn es kann vorkommen, dass man irgendein anderes Rechteck hat, wenn man hier zum Beispiel ein zweites Rechteck erstellt, dann hat es natürlich nichts mit dem oberen zu tun und wir können nicht durch parent auf dieses Rechteck zugreifen. Deshalb gibt es sogenannte IDs, gibt es eigentlich überall und hier können wir einfach sagen rect1 als ID und somit können wir jetzt auf dieses Rechteck mit der ID rect1 zugreifen. Das ist interessant. Genauso gut könnten wir theoretisch das Window mit einer ID versehen, was dann folgendermaßen aussehen würde. Wir könnten die ID root zuordnen und dann hier nicht sagen parent.width, sondern root, 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 root und root. Und wir sehen im Endeffekt den gleichen Effekt, im Endeffekt den gleichen Effekt, ja. Wir sehen das gleiche Resultat mit unterschiedlichen Werten bzw. der Zuweisung der ID. Ja, das war Layouting 1 zumindest. Nächstes Mal sage ich noch ein bisschen was dazu und dann geht es auch weiter mit der eigentlichen Struktur, denn wir haben bis jetzt überhaupt nicht die Struktur von dem Projekt angeguckt, was ein bisschen, naja, ist nicht unsauber. Wir kümmern uns schon noch darum. Ich wollte einfach mal am Anfang direkt einsteigen, weil ich finde, das macht immer am meisten Spaß, wenn man direkt einsteigt und dann Learning by Doing betreibt. Das war es für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich freue mich, wenn es euch gefallen hat, schreibt einen Kommentar oder gebt einen Daumen nach oben. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.